Moins, Neutubist! Euer Neffe vom Blog. Willkommen zum weiteren Teil der Lesio Harry Potter Art-Wenz-Kalenderreihe. Diesmal. Da zoomen wir schon ran. Elfte Türchen. das letzte so gesehen vor der halbzeit wieder was zum bauern kalender weg immer kleine sachen gibt auch kleine schüssel bis jetzt bräuchten wir keine timelace mehr mal gucken ob sich das rodi ändert also bis jetzt sieht super aus was das jetzt gerade darstellen soll kein klassen schimmer das gleiche noch mal auf der anderen seite und dann sind wir heute auch schon wieder fertig dann bleibt die teilen bleibt es heute mal wieder aus was irgendwie so ein kelch oder es ist ja man sollte auch wieder raussuchen dann wird das ganze ding auch wieder scharf ich wollte jetzt gerade sagen ist es vielleicht sogar vielleicht der kelch aus aus dem vierten teil feuerkirche ich weiß es vielleicht der port schlüssel kelch ist könnte natürlich sein hier haben wir ihn die truppe rein was wir schon gebaut haben oder wenn wir sagen wir sehen uns in türchen nummer 11 wieder immer sagen will euch das ganze ding heute wieder gefallen hat drücken gerne das däumen nach oben lassen oder tschüss das nächste mal und tschüssi däumen nach oben 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 däumen nach oben